Here we go! Markus, herzlich willkommen in der Kühlbox, das versteckte Talent. Du siehst vor dir verschiedene sehr interessante Dinge auf dem Tisch liegen. Bühne frei, zeig uns was du kannst. Stark, sehr gut. Klasse. Lass liegen, sehr gut. Ohne Brustschutz funktioniert ein bisschen besser. Ja. Andere Talente. Ja, was kannst du noch? Zeichnen. Was du magst? Ja, zeichnen. Oh, es ist Payback, oder? Ach Gott, ich liebe es. Wenn man mich zeichnet. Jetzt ist es entscheidend. Haare. Den Haaransatz, den hätte ich mir halt mit 18 noch gewünscht. Ganz gerade. Ich muss sagen, ich habe die echt saugut getroffen. Also, wo darf ich es hinzeigen? Schon gut. Wow. Schon gut. Du musst dazusagen, ich war früher im Kunstzweig in der Schule. Habe ich so eine große Nase? Also das mit einer Nase ist ja was Positives, du weißt ja. Kennt ja das Sprichwort. Der ist ja total schräg. Geil. Dankeschön, Markus. Freue ich mich sehr. Danke für das Porträt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschau von au. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.